Hey Leute und ganz herzlich willkommen hier zurück auf diesem Kanal zu einem neuen Video. Es ist mittlerweile schon über sieben Monate her, dass ich den letzten iPhone-Kaufguide auf diesem Kanal hier hochgeladen habe und da sich in der letzten Zeit eine ganze Menge getan hat, würde ich sagen, ist es jetzt mal wieder Zeit. In diesem Video bringe ich euch einfach mal wieder auf den neuesten Stand, welche iPhones der letzten Generation man aktuell noch kaufen sollte und von welchen man eher die Finger lassen sollte und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht mehr länger rum. Ich wünsche euch gleich ganz viel Spaß mit diesem Video. Erstmal kurz vorneweg, ich bin Laurin und auf diesem Kanal hier veröffentliche ich regelmäßig neue Videos rund um das Thema Apple. Das heißt, falls ihr weitere Inhalte nicht verpassen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr unter diesem Video den Kanal abonniert und ebenfalls habe ich euch in der Videobeschreibung alle Links zu den iPhones, von denen ich in diesem Video erzählen werde, aufgelistet und falls ihr ein iPhone über diesen Link kauft, dann unterstützt ihr ebenfalls diesen Kanal. Ich werde mit euch gleich ganz in Ruhe die iPhones der letzten Generationen durchgehen, Davor aber nochmal ganz kurz zwei Hinweise, die wichtig sind, bevor wir in dieses Video rein starten. Aktuell sind das iPhone XS und das iPhone XR, dementsprechend auch das iPhone XS Max, die letzten Modelle, die das aktuelle iOS 17 unterstützen. Das bedeutet aber auch, wenn in einem halben Jahr iOS 18 rauskommt, dann werden diese beiden Modelle höchstwahrscheinlich nicht mehr unterstützt werden. Das bedeutet, dass ich euch von denen ganz vorneweg schon mal abraten würde und auch von allen älteren Modellen, denn ab dem Zeitpunkt, wenn euer iPhone einfach nicht mehr das neueste Software-Update hat, dann ist das einfach ein gewisses Sicherheitsrisiko. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass dann gleich alles irgendwie sofort schlimm wird und eure Daten irgendwo rumfliegen und so weiter und so fort, aber gerade was das Banking angeht und auch was die wichtigen Daten angeht, ist das einfach ein bisschen schwierig. Deswegen würde ich euch davon einfach abraten, selbst wenn es jetzt nicht aktuell eine Gefahr besteht vielleicht. Dementsprechend solltet ihr euch aber auch vor dem iPhone Kauf einmal Gedanken machen, wie lange ihr euer iPhone eigentlich verwenden möchtet. Denn natürlich wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo es keine Sicherheitsupdates mehr bekommt und da müsstet ihr einfach schauen, je nachdem wie das bei euch so ist, wann ihr plant, ein neues iPhone danach zu kaufen, wie lange ihr das einfach nutzen möchtet, bei welchem Gerät das dann eben der Fall ist und bei welchem das vielleicht zum Problem werden könnte. Damit starten wir jetzt aber rein mit dem Preisbereich rund um 300 Euro. Da gibt es zwei Geräte, die ich euch wärmstens weiterempfehlen kann, denn für den Preis bekommt ihr da wirklich an vielen Stellen auch nichts Besseres und gerade weil diese zwei Geräte auch noch zweieinhalb Jahre Software-Updates bekommen, ist das eine wirkliche Empfehlung und zwar einmal das normale iPhone 12 und das iPhone 12 Mini. Ich habe meins mittlerweile verkauft, aber selber auch viele Jahre lang genutzt und insgesamt ist das einfach ein sehr gutes Gesamtpaket. Die Akkulaufzeit stimmt, die Kamera ist okay, ihr habt einen Weitwinkel, insgesamt ein schönes Design, das war das erste mit dem kantigen Design und dazu noch zweieinhalb Jahre Software-Updates, auch die Performance sollte dementsprechend okay sein. Für einen Preis von 250 Euro beim 12 Mini und rund 300 Euro beim iPhone 12 in einem sehr guten Zustand auf den gebrauchten Webseiten ist das wirklich ein sehr guter Deal und ich kann euch das wärmstens weiterempfehlen. Theoretisch ist auch das iPhone 11 Pro da irgendwo in der Preisregion unterwegs. Das Problem dabei ist aber, dass das eben nur anderthalb Jahre Software-Updates bekommt und das ist dann schon eher ein Problem, weil in den meisten Fällen will man das ja länger als zwei Jahre benutzen, ein Smartphone, davon gehe ich jetzt einfach mal aus und insgesamt, ja das war ein okayes Gerät, das ging schon irgendwie klar, aber ich würde es euch irgendwie dementsprechend dann nicht weiterempfehlen. Greift da lieber zum iPhone 12, da seid ihr in der Preisregion auf jeden Fall sehr gut aufgehoben und das Gerät kann ich euch wärmstens weiterempfehlen. Im Preisbereich Richtung 500 Euro wird es dann ziemlich spannend. Es gibt gleich diverse Geräte, die da in Frage kommen. Zum einen gibt es da natürlich das iPhone 13 und das 13 Mini. Das 13 Mini liegt ungefähr so bei 380 Euro und das 13 bei 420 Euro. Das 13 Mini ist das letzte kleine Gerät sozusagen in diesem Mini-Formfaktor. Danach gab es das nie wieder, das heißt, wenn ihr da auf der Suche seid, dann würde ich euch das weiterempfehlen. Aber auch insgesamt sind das zwei sehr gute Geräte. Sie bekommen beide noch so ungefähr dreieinhalb Jahre Software-Updates, was wirklich ziemlich gut ist. Sie haben eine gute Kamera, auch den Weitwinkel, den das iPhone 12 schon hatte und dazu eine bisschen kleinere Notch. Deshalb insgesamt gefällt mir das Design bei denen wirklich sehr gut und insgesamt ist es auch einfach ein gutes Gerät, was ich euch auch so noch weiterempfehlen kann, wenn ihr sozusagen ein bisschen mehr als das iPhone 12 haben wollt und dementsprechend auch bereit seid, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Weiter geht es dann aber theoretisch gleich schon mit dem iPhone 12 Pro und dem 12 Pro Max. Das sind die jeweiligen Pro-Geräte vom iPhone 12, versteht sich von selbst. Das iPhone 12 Pro liegt so im Preisbereich zwischen 400 und 450 Euro, das 12 Pro Max dementsprechend ein bisschen darüber. Beide haben wie das iPhone 12 höchstwahrscheinlich zweieinhalb Jahre Software-Updates und im Vergleich zum iPhone 12 eben noch ein paar mehr Features. Auch im Vergleich zum iPhone 13, weil sie eben ein Pro-Modell sind, haben sie die drei Kameras, also auch eine Zoom-Kamera mit an Bord. Das ist ziemlich cool und in dem Preisbereich, so rund um die 400, 450 Euro, ist das iPhone 12 Pro Max dementsprechend auch das größte Gerät von allen. Wenn ihr also in dem Preisbereich bereit seid, Geld auszugeben, dann habt ihr damit auf jeden Fall das größte Gerät, wenn euch das wichtig ist. Mein absoluter Favorit in dem Preisbereich ist dann aber das iPhone 13 Pro. Ich habe es letztes Mal schon gesagt und ich werde es wahrscheinlich auch noch öfter sagen, denn dieses Gerät ist einfach für das, was es kostet und für das, was es ist, ein sehr, sehr gutes Gerät, was bis heute sehr, sehr viele Leute kaufen sollten, die ungefähr in dem Preisbereich nach einem Smartphone suchen. Und zwar liegt das so ungefähr bei 550 Euro. Dafür bekommen wir noch dreieinhalb Jahre Software-Updates, wie alle anderen 13 Modelle wahrscheinlich auch. Aber wir haben zum ersten Mal 120 Hertz. Alle Geräte davor hatten das nicht. Das iPhone 13 Pro ist das erste, was es dann hatte. Und die zweite Sache, warum das iPhone 13 Pro so besonders gut ist, ist die Akkulaufzeit. Bis heute hat es, glaube ich, eine der besten Akkulaufzeiten in einem iPhone überhaupt. Und in Kombination mit dem Design macht es das zu einem sehr guten Gerät, was ich euch wärmstens weiterempfehlen kann, gerade für den Preis von 500 Euro. Ich glaube, ihr findet da einfach so aktuell wenig Besseres, was die iPhones angeht. Spannend geht es dann aber auch gleich weiter und zwar in dem Preisbereich so zwischen 500 und 800 Euro. Denn da kommen wir dann als erstes zum iPhone 14. Das kostet so rund 550 bis 600 Euro, je nachdem, welchen Deal man da bekommt. Bekommt dementsprechend, weil es ein iPhone 14 ist, bis zu viereinhalb Jahre Software-Updates. Höchstwahrscheinlich wird es exakt diese viereinhalb Jahre Software-Updates bekommen, wenn das so weitergeht wie bisher. Und dafür haben wir, naja, gar nicht mal so viel. Das komplette Design ist eigentlich gleich geblieben, es gibt ein paar andere Farben, aber ansonsten hat sich da nicht viel verändert, sowohl bei der Notch als auch bei allen anderen Dingen. Wir haben ebenso auch noch kein 120 Hertz, was ich persönlich sehr schade finde. Da haben wir später auch noch ein Gerät, was da auch noch da hinzu zählt. Ja, das iPhone 14 hat vielleicht ein bisschen bessere Akkulaufzeit und auch ein bisschen bessere Kamera, aber auch da kam hauptsächlich softwareseitig ein paar Updates und nicht hardwareseitig. Deswegen ist das was, ich würde es euch jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, das iPhone 14. Klar, für den Preis vielleicht geht das schon okay, aber auch das iPhone 14 Plus, was dann da kommt mit dem größeren Display, das kostet dann so zwischen 580 und 650 Euro, je nachdem, wo man das bekommt. Und auch da haben wir dasselbe Spiel, kein 120 Hertz, ebenso nur ein paar Verbesserungen im Vergleich zum iPhone 13. Und der einzige Vorteil daran ist vielleicht, dass es ein sehr großes Modell ist. Auch das gibt es ja in dem Preisbereich eher nicht. Letztendlich war davor das iPhone 12 Plus, das in dem Preisbereich das größte. Jetzt ist es das iPhone 14, das heißt, das könnte dann vielleicht was für euch sein. Ansonsten diese iPhone 14 und 14 Plus Modelle aber eher weniger zu empfehlen, sage ich mal. Es gibt da spannendere Geräte. Im Preisbereich zwischen 620 und 680 Euro finden wir dann das iPhone 13 Pro Max. Das bekommt ebenso wie das 13 Pro, wahrscheinlich dreieinhalb Jahre Software-Updates, ist im Vergleich dazu aber ein ganzes Stück größer, weil es eben das Max-Modell ist. Funktionstechnisch gab es da nicht so viele Unterschiede, aber die Akkulaufzeit war zum Beispiel sehr viel besser. Und auch sonst hat es alle Vorteile, die das iPhone 13 Pro eben auch hatte. Und das ist ein sehr spannendes Gerät, vor allem im Vergleich zum iPhone 14 Plus. Ich persönlich würde da einfach immer zu den 13 Modellen greifen, zum 13 Pro und zum 13 Pro Max, anstatt zum 14 und zum 14 Plus. An der Stelle machen wir dann einen kleinen Sprung und zwar in den Preisbereich zwischen 800 und 850 Euro. Und somit kommen wir jetzt auch über diese 800 Euro Grenze. Und zwar liegt da das iPhone 14 Pro. Das bekommt viereinhalb Jahre Software-Updates, wie alle anderen iPhone 14 Modelle auch. Und zwar liegt das daran, dass es gar nicht so alt ist. Ungefähr anderthalb Jahre ist es jetzt her, dass das vorgestellt wurde. Und insgesamt ist das ein sehr gutes Gerät. Immer noch. Ja, es gibt ein paar Unterschiede zum iPhone 15 Pro. Selbstverständlich zum Beispiel der Titan-Rahmen oder auch USB-C, was beim iPhone 14 Pro noch nicht vorhanden ist. Aber dafür kostet es eben auch einen ganzen Tick weniger. Und das Design und insgesamt alles, was so dazu gehört, gefällt mir bis heute sehr gut und ist auch bis heute sehr gut. Auch die Kamera hat da wirklich einen sehr großen Sprung nach vorne gemacht, auch vom 13 Pro damals. Und dementsprechend kann ich euch das auch bis heute sehr gut weiterempfehlen. Vor allem, wenn ihr euch die Frage stellt, ob ihr nicht vielleicht ein iPhone 15 kaufen solltet. Denn das ist mit 800 Euro zwar neu, aber mit 800 Euro ungefähr in dem Preisbereich, wo das gebrauchte iPhone 14 Pro ist. Und da sage ich euch ganz klar, kauft kein iPhone 15. Das lohnt sich einfach nicht. Denn das iPhone 15 hat immer noch nur 60 Hertz bekommen. Und auch die schlechtere Kamera, sage ich jetzt mal, das iPhone 14 Pro hat da eine wesentlich bessere Kamera. Und auch insgesamt so ein paar Vorteile, die es zu dem besseren Gerät macht. Das hat diese ganzen Pro-Features, den LiDAR-Sensor, insgesamt auch die Zoom-Kamera und so weiter und so fort. Das iPhone 15 hat vielleicht noch den Vorteil von USB-C, aber insgesamt ist das für mich jetzt nichts, was den Braten fett macht. Das iPhone 14 Pro ist in dem Preisbereich klar der Sieger. Und deshalb, wenn ihr vor der Entscheidung steht, iPhone 14 Pro oder iPhone 15, kauft auf jeden Fall das iPhone 14 Pro. Eigentlich ist es dann dasselbe Spiel mit dem iPhone 15 Plus sozusagen. Klar, das ist das bisschen größere Modell. Das heißt, ihr habt ein größeres Display und auch die bessere Akkulaufzeit. Aber das iPhone 15 Pro Max ist mit 850 Euro sogar ein bisschen günstiger als das iPhone 15 Plus. Ja, in neuem Zustand, aber dennoch für 930 Euro. Und da muss man einfach so ein bisschen gucken. Klar, ihr könnt so ein gebrauchtes iPhone 15 mittlerweile auch für weniger bekommen, für um die 700 Euro vielleicht. Und das iPhone 15 Plus auch für weniger. Aber das iPhone 14 Pro Max ist in dem Fall, wenn ihr ein großes iPhone wollt, auf jeden Fall auch da einfach die bessere Wahl, meiner Meinung nach zumindest. Und wenn ihr auf der Suche nach einem iPhone Pro Max Modell seid, dann ist auch dann das iPhone 14 Pro Max auf jeden Fall der wesentlich bessere Deal aktuell als das iPhone 15 Pro Max. Denn mittlerweile liegen da fast 400 Euro dazwischen. Klar, das iPhone 15 Pro Max, ich switch da jetzt auch einfach mal hin in den iPhone 15 Bereich, beziehungsweise 15 Pro Bereich. Das ist im Preis gesunken, also von circa 1400 Euro liegt es jetzt bei mittlerweile 1250 Euro. Dennoch ist das iPhone 14 Pro Max mit rund 850 Euro gebraucht wesentlich günstiger. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall schauen. Ich glaube, in den seltensten Fällen macht es da Sinn, das iPhone 15 Pro Max zu kaufen, wenn ihr vielleicht auch mit allen Funktionen vom iPhone 14 Pro Max so klar geht. Ansonsten werde ich in einem der nächsten Videos mal auf das neue iPhone 16 beziehungsweise 16 Pro eingehen. Zumindest mal auf all das, was wir bisher dazu wissen und euch dann mal so ein bisschen erklären, ob man jetzt noch das iPhone 15 Pro oder Pro Max kaufen sollte oder ob man lieber warten sollte. Beim iPhone 15 bin ich mir ziemlich sicher, dass man da besser warten sollte, weil das iPhone 16 da in manchen Punkten besser werden wird. Dennoch ist das beim iPhone 15 Pro und Pro Max noch so ein bisschen die Frage. Und deshalb schaut da gerne in nächster Zeit wieder auf diesem Kanal hier vorbei. Dann werde ich da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Stand jetzt sind auf jeden Fall die Preise ganz schön gesunken vom iPhone 15 Pro und Pro Max. Das ist mir aufgefallen in der Recherche für dieses Video. Das iPhone 15 Pro bekommt ihr jetzt rund für 1.000 Euro neu und das iPhone 15 Pro Max für 1.250 Euro, wie schon erwähnt. Das heißt, schaut da gerne mal unten in den Links vorbei. Da hat sich auf jeden Fall ganz schön was getan und ich muss auch sagen, das habe ich so irgendwie nicht erwartet. Klar, ihr dürft das jetzt nicht direkt bei Apple kaufen, da sind die Preise immer noch genau gleich. Aber wenn ihr mal so ein bisschen bei den Händlern rumschaut, dann kann man da mittlerweile einen ganz guten Deal schließen. Und ich würde auch sagen, damit war es das eigentlich so insgesamt zu den Geräten. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Überblick geben. Es gibt noch so ein paar zusätzliche Informationen, die ich euch mitgeben will. Zum Beispiel, wenn ihr ein 120 Hertz Display wollt, dann kommen nur die Pro Geräte für euch in Frage. Alle anderen, also die normalen Geräte überall, haben bis heute immer noch kein 120 Hertz. Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Und vielleicht an der Stelle noch zwei Worte zum iPhone SE. Ich habe das absichtlich hier nicht in dieses Video reingenommen, weil ich vor ein paar Tagen da extra ein separates Video auf diesem Kanal hier hochgeladen habe. Schaut da gerne mal oben in den Infokarten vorbei, dann könnt ihr euch da das Ganze nochmal anschauen. Ich persönlich würde einfach sagen, dass man das aktuell nicht mehr kaufen sollte, weil es ein zu altes Design hat. Und dementsprechend, ja, diese Antwort darauf findet ihr dann auch in diesem Video. Und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt eure Meinung zu dem ganzen Thema unten rein in die Kommentare. Welches iPhone habt ihr gerade? Welches wollt ihr vielleicht in der Zukunft kaufen? Schreibt es einfach mal unten rein und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Haut da rein. Habt einen schönen Tag und bis dahin. Ciao.